Der FC Bayern konnte auch im zweiten Bundesligaspiel unter Kompanie einen Sieg einfahren mit einem 2 zu 0 über den SC Freiburg. In diesem Video analysiere ich, wie ihnen das gelungen ist und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein, wie Bayern im Ballbesitz agiert hat, denn das war in der ersten Halbzeit sehr oft der Fall mit 76% und wie Freiburg gegen den Ball agiert hat, war nämlich genau gleich bzw. ziemlich ähnlich wie im ersten Spiel, bei dem man ja noch souverän gegen den VfB Stuttgart gewinnen konnte. Schaut auch gerne nochmal bei der Analyse vorbei, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Und zwar hat man dementsprechend wieder aus einem 4-1-4-1 gegen den Ball agiert als Grundstruktur. Dabei war die klare Intention, das Pressing auf einen der beiden Innenverteidiger zu lenken, denn man hat nicht komplett Mann gegen Mann gepresst, sondern immer einen freigelassen, sodass du gegen den gegnerischen Stürmer immer beide Innenverteidiger hinten zur Verfügung hattest. Gegen Stuttgart war das Schabot, gegen Bayern jetzt dementsprechend Kim, weil Upamecano einfach der Spielstärkere von beiden ist. Allerdings gab es da durchaus Probleme, da der FC Bayern anders agiert hat im eigenen Ballbesitz wie der VfB Stuttgart zuletzt und auch deutlich variabler. So ist zum Beispiel einerseits Kimmich immer, wenn man den Ball hatte, eingerückt ins Mittelfeld, hat also einen klaren inversen Außenverteidiger gegeben, hat immer eine klare Doppelsex mit Pavlovic gebildet, während Guerrero, der Linksverteidiger, tatsächlich meistens etwas tiefer blieb, um dann einen Dreieraufbau zu haben. Er konnte auch hin und wieder mit vorgehen, dementsprechend war das sehr flexibel. Sehen wir dann auch gleich an den Bildern noch. Und das hat dann eben immer wieder zu Zuordnungsproblemen auf Seiten der Freiburger gesorgt, wo man nicht ganz wusste, welcher Spieler jetzt wen verteidigt, beziehungsweise wenn man es gemacht hat, hat es halt eben Räume für andere Spieler von Bayern geöffnet und das wird in der Analyse immer wieder so ein bisschen ersichtlich. Wir gehen jetzt mal einen Schritt weiter. Hier sieht man Adamu an Upamecano, Kim ist frei, Doğan stört Guerrero und auch die Doppelsex von Bayern, beziehungsweise die Spieler dort sind zugestellt mit einerseits Pavlovic, den hat Röhl, Musiala, der tief kam, den hat Osterhage. Daher hat man im Zentrum eine 3 gegen 2 Überzahl durch Kimmich, der einrückt. Eggestein ist dann eben der Sechser, der hinten absichern soll, ist sich unsicher, ob er mit nach vorne aufrücken soll und tatsächlich war die weitere Herangehensweise dann so, dass man versucht hat, meistens im Mittelfeld eine Gleichzahl herzustellen, sodass da kein Bayern-Spieler extrem viel Zeit am Ball hatte. Das sehen wir dann eben hier ganz gut. Eggestein ist mit nach vorne geschoben auf den eingerückten Kimmich. Röhl, das ist auch ein Muster, das man schon gegen Stuttgart gesehen hat, geht von Pavlovic aus, den er mit seinem Deckungsschatten dennoch zumacht, dann langsam auf Kimm zu, sobald der den Ball hat. Ansonsten ist das wie gerade besprochen zugestellt. Allerdings dadurch, dass Eggestein mit nach vorne rückt, öffnet man halt den Sechserraum komplett. Da ist niemand mehr, der absichert. Dementsprechend war da immer wieder die Möglichkeit für Olysee vor allem, aber auch für Kane sich fallen zu lassen, dort den Ball zu erhalten und dann auch dynamische Situationen entstehen zu lassen. Das wird vor allem auch in dieser Szene deutlich. Da hat man es so zugestellt, wie gerade besprochen, in dem 4-1-4-1. Eggestein orientiert sich so ein bisschen an Kane, der sich fallen ließ. Allerdings ist Bayern extrem flexibel, wie gerade schon gesagt. Guerreiro ist hier noch der linke Mann im Dreieraufbau, Pavlovic auf der Doppelsex. Wir gehen aber ein Bild weiter, nur 5 Sekunden. Dann ist Pavlovic der Spieler hier, der links im Dreieraufbau steht. Guerreiro ist ins Mittelfeld eingerückt. Musiala kommt von vorne, lässt sich fallen, zieht dementsprechend Eggestein auf sich, bringt dann den Ball zurück auf Kimmich. Aber wir schauen in den Rücken von Eggestein, der jetzt herausgezogen wurde. Da sind sowohl Guerreiro als auch Olyse, die sich eben in diesem Raum anbieten und dann eben angespielt werden können. Kimmich kann zum Beispiel raus auf Upa spielen, der dann diagonal dort in den Druck hineinspielt, beziehungsweise dann eben keinen Druck mehr. Und so konnte man immer wieder gefährlich werden. Das sieht man auch hier ganz gut. Da ist schon von Grund aus Musiala etwas tiefer, hat Eggestein auf sich gezogen. Die anderen beiden Doppelsex-Aufbauspieler, sag ich jetzt mal, mit Pavlovich und Kimmich, sind auch zugestellt mit Röhl und Osterhage. Dementsprechend öffnet es halt den Raum im Rücken der Mittelfeldreihe von Freiburg. Und da konnte Bayern immer wieder gefährlich hineinspielen. Wir sehen es auch hier wieder. Röhl, Osterhage und auch Eggestein sind nach vorne orientiert, beziehungsweise auf die drei Spieler von Bayern in der zweiten Aufbaulinie. Wurden hier überspielt. Bei Freiburg ist dann hinten im Sechserraum nur noch seitlich so ein bisschen Krivo und Doan. Und Doan ist zwar gut im Verteidigen, aber das sind nicht unbedingt die Spieler, die man dort dann haben will. Vor allem, wenn dann Spieler wie Olysee mit Dynamik antrippeln können. Gleiches Bild dann hier nochmal zehn Minuten später. Wieder sowohl Röhl, Osterhage als auch Eggestein überspielt. In dem Fall ist Guerreiro auch noch etwas tiefer geblieben für einen Dreieraufbau. Daher ist auch Doan nach vorne orientiert, fehlt dementsprechend auch hinten. Du hast da also nur noch Krivo so ein bisschen, der das aber auch nicht wirklich verteidigen kann, wenn dann eben ein Olysee wie hier angespielt wird. Und so auf diese Art und Weise hatte Bayern in der ersten Halbzeit dann einige gefährliche Aktionen nach vorne. Immer wieder, wenn man es geschafft hat, das Freiburger Mittelfeldpressing zu überspielen und dann mit Dynamik nach vorne kommen konnte. Allerdings ist daraus kein Tor gefallen und sobald Freiburg etwas sicherer beziehungsweise statischer hinten stand in einem Abwehrpressing, dann wurde es auch nicht allzu gefährlich. Meistens war es dann ein 4-4-2 und da hat man es dann extrem gut verteidigt. Man muss auch sagen, wenn Bayern mit Dynamik nach vorne kam, sie hatten zwar gute Szenen, auch Abschlüsse nicht wirklich, weil man es dann auf Freiburger Seite vor allem im Strafraum immer noch im letzten Moment sehr gut klären konnte. So im statischen Ballbesitz von Bayern war es dann meistens eine Art 2-2-6 tatsächlich, also relativ offensiv, sieht man hier. Auch wenn es natürlich sehr flexibel, sehr fluide war, wie schon im tieferen Aufbau. Auch Freiburg war variabel gegen den Ball, da konnte man dann Doran zurückziehen zu einer Fünferkette, um dann halt eben nicht allzu arg überladen zu werden, wenn Bayern wie hier zum Beispiel wieder sechs Spieler nahezu in die letzte Linie geschoben hat. Um aber auch noch so ein bisschen auf die Bayern einzugehen, so hat man zum Beispiel selbst hier mit einer Torwartkette agiert, also das Neuer zwischen den beiden Innenverteidigern stand, auch wenn das hier schon relativ hoch ist. An sich diese 2-2-6 Struktur, aber immer wieder hat sich oft Musiala, aber auch Guerrero fallen lassen, sodass man dann eher aus einer Art 2-3-5 agiert hat im offensiveren Ballbesitz. Ironischerweise ist das Tor dann auch aus so einer Situation heraus gefallen. Natürlich sehr umstritten, eine Flanke auf Kane, dann ist es ein vermeintliches Handspiel, sage ich mal, von Rosenfelder. Will ich mich jetzt nicht ausführlich zu äußern. Hier geht es vor allem um die Taktik und da ist dann halt eben ein Tor daraus resultiert, was aber schon gewissermaßen gerechtfertigt war, wenn man sieht, wie überlegen die Bayern in der ersten Halbzeit waren. Klar, die ganz große Gefahr hat man nicht ausgestrahlt, dennoch hatte man schon eine sehr ordentliche Spielanlage, während von den Freiburgern fast gar nichts kam. Dazu kommen wir gleich, denn man muss Bayern auch noch dafür loben, dass sie, selbst wenn Freiburg mal hochgepresst hat, auch das auflösen konnten. Das war zwar erst gegen Ende der ersten Halbzeit der Fall, aber auch hier hat man es sauber ausgespielt und hatte da fast keine Ballverluste. Man muss sagen, schon zuvor gegen das Mittelfeldpressing hatte man den ein oder anderen Ballverlust. Klar, das lässt sich nie vermeiden. Da hätte Freiburg die Umschaltsituationen dann deutlich besser ausspielen müssen. Ist nicht geschehen. Und daher hat der SC in der ersten Halbzeit wirklich überhaupt keine Chance gehabt. Denn auch aus dem geordneten Positionsspiel heraus ist einem fast nichts gelungen, in der ersten Halbzeit zumindest. Da sah es dann meistens relativ statisch aus, dass man die Positionen so besetzt hat, wie man sie auch gegen den Ball besetzt hat. Und da war es dann halt schon schwierig, sich was herauszuspielen. Die Bayern haben in einem 4-für-2 agiert. Interessanterweise mit Olyse als zweiten Sechser neben Pavlovich. Später war dann auch Müller der zweite Sechser. Das bringt uns dann zur zweiten Halbzeit, die zunächst einmal allein von den Spielanteilen deutlich ausgeglichener war. Freiburg hat sich jetzt auch wesentlich mehr getraut. Wir sehen zum Beispiel hier, hat man die linke Seite überladen, hat dann zum Beispiel auch mit Lienhardt den linken Innenverteidiger weiter nach vorne geschoben. Da war man deutlich mutiger, musste man auch gewissermaßen werden mit dem Rückstand und hat es auch relativ gut gemacht. Wurde allerdings nicht ganz zwingend. Interessant war dann hier noch, da baut man auch mit einer Torwartkette auf, also Torwart zwischen den Innenverteidigern. Ansonsten hat man es jetzt aber geschafft, diese positionelle Flexibilität aufzuziehen, die man schon gegen Stuttgart gezeigt hat und auch in der Vorbereitung, was aber in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gelungen ist. So hat man hier plötzlich beide Außenverteidiger zentral offensiv oder in den Halbräumen. Das ist auf jeden Fall extrem spannend. So setzt man auch den Gegner vor Entscheidungen, wer jetzt welchen Mann übernimmt. Generell kann es so zu Aufteilungsproblemen kommen, wie sie ja Freiburg auch selbst in der ersten Halbzeit hatte. Man hat jetzt nicht wirklich viele Chancen sich herausspielen können. Ansonsten war man aber deutlich besser im Spiel. Bayern hat jetzt auch nicht mehr allzu viel gemacht, stand etwas tiefer. Und ein Problem, warum man jetzt vielleicht nicht mehr ganz so gefährlich wurde, war dann die Aufstellung bzw. vor allem das Personal. Denn man hat dann in einem 4-3-3 agiert. Da war allerdings vor allem im Mittelfeld das Personal nicht unbedingt das Richtige, um dann eben einen tieferen Gegner zu bespielen. Du hattest Eckestein auf der alleinigen 6, auch nicht unbedingt die beste Besetzung. Und dann als 2-8er hattest du Höhler und Dingchi, die vor allem gegen den Ball extrem stark sein können. Aber mit Ball haben sie da schon ihre Probleme. Vor allem nachdem die Bayern dann reagiert hatten auf den Spielverlauf, haben deutlich defensiver gewechselt. Dann kamen die Doppelsex bestehend aus Palinja und Leimer, die auf jeden Fall extrem stark gegen den Ball sind. Die haben es drauf, einen Mann eng zu verfolgen. Sieht man auch hier ganz gut. Man hat dann eben das Mittelfeld von Freiburg gut in Manndeckung genommen. Leimer an Höhler, Palinja an Dingchi. Und die vorderen zwei Anläufer waren dann meistens an Eckestein dran. Und so ist man dann nicht mehr wirklich gefährlich geworden gegen Ende des Spiels. Nach dem zuvor auch relativ aus dem Nichts, weil, wie gesagt, von den Bayern kam auch nicht mehr allzu viel, dass 2 zu 0 gefallen ist. Das war vor allem eine starke Einzelleistung von Müller. Man muss hier aber auch noch hervorheben, Konrad Leimer, der zuvor einen starken Lauf ohne Ball macht, zieht Lienhardt dementsprechend aus der Ordnung raus, öffnet den Raum für Müller. Der legt den Ball dann halt auch Weltklasse mit einem super ersten Kontakt an Eckestein vorbei und haut ihn dann halt in seinem Jubiläumsspiel rein. Okay, ich glaube, man nennt es eher Rekordspiel und nicht Jubiläumsspiel. Aber auf jeden Fall eine starke Leistung. Ansonsten war ich noch so ein bisschen enttäuscht, dass Freiburg nicht das ganz hohe Pressing aufziehen konnte gegen Ende des Spiels. Ja, das wäre nochmal intensiv gewesen, vor allem bei einem Zwei-Tore-Rückstand. Aber genau das hat man doch in der Vorbereitung einstudiert. Hatte dann auch das dementsprechende Personal im Zentrum, vor allem mit Höhler und Dingchi. Ist dann so, ja, nur noch teilweise geschehen. Man hatte noch einen gefährlichen Beigewinn. Da konnte man das Tor nicht machen. Und so ändert das Spiel dann schon mit einem verdienten Sieg für die Bayern. Das soweit meine Analyse zum Aufeinandertreffen von Bayern und Freiburg. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Spiel in die Kommentare. Stimmt ihr mir zu? Seht ihr irgendwas anders? Gerne unten rein. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!